Das NLZ ist schon wichtig, ist auch für uns enorm wichtig, dass gerade so die Mannschaften wie U17 und U19 in der Bundesliga spielen und wir mit der U23 noch einen Unterbau haben. Das ist schon elementar wichtig für uns. Wir verfolgen, weil wir selber aus dem NLZ kommen, verfolgen natürlich so ein bisschen die Arbeit im NLZ, haben auch einen regen Austausch mit den Trainern. Ja, ein Stern. Es ist jetzt schwierig, das so für uns zu bewerten, also wir haben erstmal eine gute Voraussetzung hier geschaffen. Die Infrastruktur ist da. Ich habe heute noch mit Hannes kurz gesprochen und ja, mit den handelnden Personen, es muss halt Leben rein und es muss halt gelebt werden und ich habe das Gefühl, dass es hier gelebt wird. Man muss das natürlich auch ein bisschen, man muss ein bisschen Abstriche machen, Träume, weil irgendwo ist es für sie alle, sie investieren unheimlich viel. Junge Spieler investieren unheimlich viel, auch wenn das von draußen nicht so wahrgenommen wird. Die investieren im Prinzip in ihre Zeit, ihre Jugendzeit als solches, ist nicht so wirklich da. Also in Leverkusen war es halt so, Schule, von der Schule abholen, Training, vom Training abholen, nach Hause Hautaufgaben oder zwischendurch Hautaufgaben ins Bett und der nächste Tag beginnt. Also, dass es dann am Ende des Tages ein Traum ist, dass man vielleicht mal in der Bundesliga spielt, ja gut, okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass das eintrifft, ist halt dann doch schon sehr gering. Was aber nicht heißt, dass sie mit dem Fußball einiges erreichen können. Aber der Traum würde ich jetzt mal assoziieren mit Traum Bundesliga-Profi, Superstar, ganz weit oben zu sein, ja gut, den Zahn kann man ihnen schon ziehen, aber dass man halt mit Fußball vielleicht einiges erreichen kann und sich vielleicht ein gewisses Fundament schaffen kann. Und wenn es am Ende des Tages halt das ist, dass man dann vielleicht nach der Schulzeit irgendwann mal sagt, man möchte studieren und finanziert sich im Prinzip das Studium über den Fußball, dann ist es halt das. Ja, ich selber bin auch in einer Art NLZ, es gab zu der damaligen Zeit keine NLZs. Also damals war es halt ein bisschen anders. Damals war die Konstellation halt so, dass du Top-Vereine hattest, Bundesliga-Vereine hattest. Die haben so gearbeitet wie die heutigen NLZs, auch mit Freistellung von der Schule. Aber es war jetzt nicht so professionell, wie es heute ist. Also heutzutage, wenn ich jetzt mal als Beispiel nehme, was bei den Bayer Leverkusen los ist, ob das ein pädagogischer Leiter ist, ob das Kooperationen mit Schulen sind, Eliteschulen sind, also das gab es zu unserer Zeit halt nicht. Den jungen Spielern, die immer glauben, dass sie geleitet werden, muss man eigentlich mitgeben, dass sie selber eine Persönlichkeit werden sollen. Und wer selber eine Persönlichkeit werden, bedeutet halt auch Verantwortung für sich übernehmen und Verantwortung für seine eigene Situation zu übernehmen. Und ich glaube, der, der das macht, der in sich auch als Persönlichkeit reift, der wird auch den Weg nach oben schaffen. Weil es gilt halt auch für viele junge Spieler frühzeitig schon eine gewisse Widerstandsfähigkeit aufzubauen, gegen Widerstände sich durchzusetzen. Es wird nicht immer alles glatt laufen. Und im NLZ ist es meistens so, dass ja viele Sachen den Jungs geebnet werden, wo sie halt kleine Widerstände haben. Und dann irgendwann treffen sie auf Widerstände und kommen damit nicht klar. Die, die eine Persönlichkeit entwickelt haben, die kommen damit natürlich klar. Und die werden auch dann gegen diese Widerstände angehen können und sie dann meistens auch bezwingen können. Und das sind dann die Spieler, die es dann auch schaffen bis nach oben hin und die ein Profi werden. Und dann wird es dann zum Beispiel auch bei Herrn Araber, der in der Wafer die ich, der was nicht macht. Und dann kann man das auch wohl machen. Und dann kommt man das auch einfach mal auf und dann kommt rein. Und dann kommt man das auch zu, wie ist das.